Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play The Guild and The Shadow. Wir haben jetzt hier ein neues Level erreicht mit anscheinend riesengroßen Sonnen... Augenblumen? Augensonnenblumen? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall sind überall diese Kreise mit Punkten drin, die eigentlich vorher für Augen standen. Schauen wir mal weiter, was es hier noch so tolles gibt. Ich fühle mich, als wäre ich allein. Als wäre ich nicht allein. An jedem Tag, der vergeht, verschwindet auch deine Klarheit wie Rauch in der Luft. Da hinten ist ein Zettel, aber da kommen wir wahrscheinlich erst über die Treppe oder so ran. Aber ich möchte noch kurz gucken... Ne, okay. Wir müssen also die Treppe nehmen. Hier kommen wir durch. Da möchte ich erst mal gucken, ob hier auf der linken Seite ist auch nur eine Treppe und ein Feuer. und ein Abgrund zum Runterfallen. Ich weiß immer nicht ganz, was man zuerst machen soll. Da ich rechts den Zettel gesehen habe, tendiere ich jetzt mal dazu, erst nach rechts zu gehen. Okay, kommen wir hier überhaupt durch? Nee, aber hier ist ein eingesperrter Vogel, der uns irgendwas freiballert. Mal sehen, was das sein wird. Dann tendiere ich dazu, dass wir erst mal die Treppe nehmen. Da wir da eventuell an irgendeiner Stelle ankommen, die wir beim Runterfallen überspringen würden. Genau, wenn wir nämlich gesprungen wären... Ne, da wären wir auch hier irgendwo angekommen. Ich gucke erst mal auf der rechten Seite. Wenn ich da lang springe, kommen wir definitiv nicht zurück. Dann gucke ich doch erst auf der linken Seite. Ich kann mich auch gerade an dieses Level und diese Eigenschaften hier überhaupt nicht erinnern. Ich glaube, bis hierhin hatte ich gar nicht mehr gespielt. Oh, so viel dazu. Wir müssen auf die andere Seite. Oder wir wären oben gesprungen, denn wären wir bei der Schaukel rausgekommen. Wollen wir das mal schnell machen? Da müssen wir zwar den Weg wieder zurückgehen und die Leiter nach oben, aber nicht, dass wir bei der Schaukel irgendeine Szene verpassen, die wir so quasi nicht gesehen haben und am Ende fällt vielleicht wieder das ganze Gerüst hier zusammen. Das wollen wir doch nicht. Ach so. Na gut. Dann kommen wir wohl doch erst hinten zur Schaukel an einer anderen Stelle. Ich habe mich schon gefreut, dass ich jetzt was Besonderes entdeckt habe oder so. Das ist schon komisch. Wir finden irgendwie überhaupt nichts. Bin ich am falschen Weg hier? Oh, ein Fläschchen. Erinnere dich immer daran, wir beide sind real. Meine Träume werden mich nicht vergessen lassen. Okay. Hier kommen wir nicht durch. Aber vielleicht sprengt der Vogel hier irgendwas frei. Okay. Oder er reagiert einfach überhaupt nicht auf das, was ich hier gerade mache. Wahrscheinlich müssen wir hier noch nicht lang. Oh. Der Zettel, den ich vielleicht von der anderen Seite gesehen hatte. Die Augen offen und geschlossen. Das Feuer öffnet den Pfad. Oder öffnet Pfade. Ich schreibe mir mal offen zu offen hin, falls wir das noch für irgendwas brauchen. Das Feuer öffnet Pfade. Hier sind ja überall Feuerstellen. Ich springe einfach mal hinterher. Oh, lernen wir ein neues Lied? Und dann reagiert der Fohle oben wohl auch darauf. Mitfad. Untertitelung des ZDF, 2020 Als du in meinen Armen warst, wünschte ich, dass die Zeit stehen bleiben würde. Okay, der gleiche Text nochmal. W-Taste. Also ist das wirklich der zweite Song? Ich würde es ja eigentlich gerne mal bei dem anderen Vogel oben probieren. Ich glaube, das mache ich auch zuerst, falls das Level hier an der Stelle irgendwie weitergeht. Kommen wir da überhaupt jetzt auch so einfach hin? Wir müssten eigentlich irgendeine Leiter finden, die nach oben geht oder so. Und damit geht es schon los. Eine Leiter, die nach oben geht. Wie kamen wir? Wir sind ja gerade von oben abgestürzt. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir das Fläschchen verpassen. Deshalb schaue ich gerade so blöd. War das hier drüben? Ne, hier kamen wir zu dem Vogel, der eingesperrt war, ne? Wir können das auch nicht spielen, solange der eingesperrt ist. Ne, das funktioniert nicht. Kriegen wir das Fläschchen über einen späteren Zeitpunkt? Wir springen jetzt hier einfach mal runter, weil das die meiner Meinung nach kürzere Variante ist. So, und hier müsste doch hier hinten eine Leiter irgendwo nochmal sein, die wir zwischen den Felsen hochgegangen sind. Hier runter. Genau, und hier müsste das Fläschchen sein. Da war oben nämlich der Vogel. Und da war auch so ein Mottenregen. Dich wollen wir. So, lieber Vogel. Dann spiel uns mal das Lied vom Mottenregen. Schaut mal, da sind Krallen und Hände drin. In dem Zeug. Und ich glaube, es läuft auf Zeit. Oh nein, sag mir nicht, wir hätten... Okay. Ne, dann wären wir ja auch eingeschlossen gewesen, das wäre dämlich. Yay! Hast du deine Medizin genommen? Medizin, ha! Die funktioniert nie. Also erzähl mir von diesem Tag. Da waren flüsternde Stimmen des Todes, die in meine Ohren drangen. Die Medizin macht, dass die Stimmen verschwinden. Das habe ich dir bereits gesagt. Vielleicht für dich. In meinem Kopf verlassen die Stimmen mich nie. Okay. Okay. Wir haben jetzt auch keine andere Wahl mehr, als hier wieder zurück zu gehen. Ich glaube, hier kommen wir ja auch gar nicht hoch, ne? Nee. Dann müssen wir beim Vogel einfach die linke Strecke lang gehen, wie beim letzten Mal und kommen dann eigentlich bei dem anderen Vogel wieder raus, wo wir durch den Mottenregen gehen können. Ich finde, das ist so schräg modelliert. Wenn man im Hintergrund guckt, das sieht aus wie wirkliches Holz und Bäume, die irgendwie gewachsen sind. Und dann sind diese flachen, gemalten Flächen, wie die Blumen zum Beispiel, als Abwechslung dazwischen. Das wirkt irgendwie schräg. Aber ich mag das. Ich mag diese Art von Schräg. Hier war jetzt, glaube ich, der Zettel mit den geschlossenen und offenen Augen. Hier springen wir mal zuerst runter. Das haben wir erst nämlich runtergeschoben. Und hier rüber. Hier haben wir das Lied gelernt. Und setzen es jetzt hier wirklich ein. Die Schaukel. Ich liebte es zu schaukeln. Nach oben schauen, die Angst vergessen, sich frei fühlen. Kann ich hier noch irgendwas an der Schaukel machen? Nee. Schade. Okay, das Tor, was nicht was aufgegangen ist, dann muss es das nächste sein, was sich hier dahinter befindet. Das, an dem wir erst schon vorbeigelaufen sind. Hoffe ich doch zumindest. Ja, guck mal ganz vorsichtig, weil wenn wir hier runterspringen... Ah, genau. Na dann rein mit uns. Okay. Du musst aufmerksam zuhören bei dem, was ich sage. Okay, es greift nach uns. Was habe ich gesagt? Genau andersrum. Ich habe gesagt, offen. Zu offen. Ist es da schon? Kann ich von hier aus... Genau, offen zu offen. So, da bin ich wieder. Da musste ich eine kurze Aufnahmepause machen, weil das Telefon wieder geklingelt hat. Und da ist ein etwas dringenderer Anruf war, den ich nicht einfach wegdrücken oder auslassen konnte. Okay, hier sind Viecher. Wir gucken mal, was sich hier unten befindet. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nur einen Weg gibt, das alles hier zu überstehen oder... Oder... Okay, hier müssen wir definitiv irgendwas ändern, denn wir kommen weder hier oben weiter noch unten. Also ist die Auswahl, die auf dem Zettel stand, wirklich nur symbolisch gewesen und bedeutet nicht, dass es die richtige ist. Okay, wenn wir das schließen, das können wir nicht machen. Aber wartet mal, wir machen mal... Nein. Dieses Ding macht wirklich nur, dass die zwei hier oben und unten an und aus sind. Das Ding macht, dass die Mitte und oben oder der rechte ist und das Ding macht die hier. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das richtig? Gehen wir runter und dann ist da drüben irgendwas. Wir probieren es einfach mal. Genau, jetzt haben wir hier ein Feuer. Hier drüben dürften wir nicht durchkommen, weil ich habe es ja unten lang gemacht. Ich gucke nochmal schnell, ob hier drüben sich was befindet, aber hier ist alles dicht. Gut, und wenn wir jetzt die Treppe hochgehen oder die Leiter, dann müsste links ein Feuer sein, was aus ist und eins auf der rechten Seite was anders. Aber ich sehe gerade, kommen wir gar nicht so hoch. Wenn ich jetzt hier runterspringe, dort hinten ist die Leiter, die wir eigentlich brauchen. Aber hier kommen wir auch lang. Genau, hier ist ein geschlossenes Feuer. Können wir nicht einfach eine Fackel nehmen und durch das ganze Gewölbe hier latschen? Ich weiß zwar nicht, wozu das gut sein soll, aber wir schieben es einfach mal runter. Wer weiß, wozu. Ah, das ist zum Rüberlaufen einfach nur. Na gut, vielleicht so eine Art Abkürzung. Wir schauen, oh nein, wirklich? Wir sind also bei den Feuern oben. Hier ist doch auch wieder dicht, genau. Na, geh runter. Das heißt, wir müssen jetzt im Endeffekt die Feuer so machen, dass die oben alle an sind, oder? Also, dass das hier links vorn an ist und die oben. So. Ne, das brauchen wir definitiv offen. Ne, hier muss... Ne, davon haben wir ja nichts. Ach doch, wir kommen durch. Gehen dann dort die Leiter hoch, wo die Lücke ist. Gehen auf die rechte Seite. Und kommen außen rum. Hoffe ich doch zumindest, dass das so ist. Wir probieren es mal aus. Genau, wir kommen jetzt hier hoch. Die Lücke haben wir ja überbrückt. Mit einer Brücke im wahrsten Sinne des Wortes. Und müssten jetzt eigentlich hier komplett lang können. Sehr gut. Den stürzen wir ab. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Deswegen laufen wir mal lieber. Sehr gut. Feuer. 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 Mit einem Buch? Mit einem Buch? Ist das sowas wie unser Tagebuch oder sowas? Kann ich das nehmen? Oh, was? Ah. Okay, ich muss beim Feuer bleiben. Hier haben wir die Melodie gelernt. Das sind alles die Alten. Oh, was ist das? Ruinen im Chaos. Wasser. Schmerz. Drei Songs. Ein Instrument. Metallvögel. Okay, die sind nicht immer super geordnet. Wir müssen also jetzt so schnell wie möglich von Feuer zu Feuer kommen. Ich möchte vorher hier nochmal gucken, ob wir wirklich nichts machen können an diesen Dingen. Ne, ich kann weder was nehmen noch irgendwas anderes. Wann kommen diese Viecher? Wie viel Zeit habe ich ungefähr? Nicht so viel. Also, los. Lauf, lauf, lauf. Oh Gott. Ich weiß auch nicht, wie lange es dauert, bis es... Wow, das verfolgt uns richtig. Direkt weiter? Gar nicht aufhören. Ähm, nee gut, wir mussten nicht runter. Ich wollte gerade sagen, mussten wir runter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott. Bitte lass hier gleich irgendwo ein Feuer gewesen sein. Wir sind sonst im Eimer. Oh Gott, Gott sei Dank hier. Haben wir es überstanden oder manifestiert es sich hier hinten auch nochmal? Hier gehen wir mal raus. Er friert immer noch. Ich befürchte, hier ist noch der gleiche Mist. Wir müssen aber zu dem anderen Tor schnell einfach nur weiter. Dann haben wir es geschafft. Denke ich zumindest. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell rein, schnell rein. Ist hier ein Feuer? Doch, hier ist es hell. So, einfach mal kurz aufwärmen, bevor es hier hinten weitergeht. Okay, hier ist wieder ein Metallvogel. Aber wenn ich auf die Uhr gucke, liebe Leute, dann haben wir unseren Zenit für diese Folge schon überschritten. Und ich würde deshalb sagen, wir machen eine kleine Aufnahmepause und legen in der nächsten Episode wieder los, wenn es heißt, let's play the guild and the shadow. Bis dann. Tschüss.